Willkommen liebe Gäste am Elisabeth-Gymnasium. In einer virtuellen Welt, aber es geht nun mal nicht anders. Sie können sich hier mit einem Avatar, einer Spielfigur bewegen, sehen welche Möglichkeiten es gibt. Es sind Karten und Orientierungen eingeblendet. Sie bekommen auch gezeigt, wie die Bedienung ist. Es geht, ja ich sag mal, kinderleicht. Es können an diesen Stationen auch Videos angesehen werden, Quiz werden angeboten, verschiedene Informationen zu den Fachbereichen oder wie hier Bildergalerien, die auch meistens auf der Homepage so zu finden sind. Auf dieser Welt oder in dieser Welt gibt es verschiedene Varianten, wie man auch mit anderen Nutzern kommunizieren kann. Es gibt Begegnungen mit kleinen Videochats oder Videotische, aber das sehen Sie gleich noch an einem Beispiel. In dieser Welt gibt es auch ein Labyrinth und Videokonferenztische mit Lehrern und Schülern. Besonders empfehlenswert bei Projekten gibt es einen Link zu netten Texten, Empfehlungen und Beschreibungen aus der Klasse 5, wie es Ihnen hier am Gymnasium ergangen ist und warum Sie gerne zur Schule gehen. Im Moment zwar auf Distanz, aber das wird sich ja in einiger Zeit auch wieder ändern. Niedlich, wie die Kids hier beschreiben, was Ihnen an der Schule besonders gut gefällt, das ist sehr empfehlenswert. Hier ein Beispiel einer Videokonferenz mit einer 8. Klasse, die da drin innerhalb dieses Systems funktioniert und auch Sie können am Freitag dort mit Schülern, Lehrern oder anderen Gästen kommunizieren. Ein Highlight ist ein Labyrinth, in dem man sich bewegen kann und den Ausgang suchen muss. Es gibt einige gruselige Stellen und Fallen, aber ich will nicht zu viel verraten. Dieses Labyrinth wurde unter anderem mithilfe vom WACLAB, dem Technik- und Computertreff Eisenach, erstellt und auch der Computerclub in Jena hat uns hier tatkräftig unterstützt und die Welt zur Verfügung gestellt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und vielleicht bis bald.